So. Ach, erstmal wieder hinsetzen hier. So, gucken wir mal auf, wer reinkommt. Aber ich meine, ich kann das nicht beschwören, glaube ich. Oder werden wir da irgendwie... Karte des Treffpunkts. Oh, wir haben eine neue Karte. Die können wir in unserem Inventar ansehen. Karte des Treffpunkts. Okay. Wieso kann ich jetzt nicht in das Inventar rein? Okay. Karte des Treffpunkts. Okay, die müssen wir in dem Inventar angucken, wie er gesagt hat. Karte des Treffpunktes. Wahrscheinlich unter Dokumente, ne? Gucken wir mal. Wo war die denn? Karte des Treffpunktes. Eine einfache Karte bei einer Leiche gefunden. Scheint zu einem Treffpunkt zu führen. Der Mann, die dem Karte gehört, könnte auch auf der Suche nach einem Mittel zum Betreten der Akademie gewesen sein. Eine Steinzimmerschlüssel. Okay. Sehen wir jetzt irgendwie einen Punkt, wo das eingezeichnet ist? Nee, ne? Irgendwie nicht, ne? Oder sehe ich die noch nicht? Haare sehen kürzer aus als gestern. Ja, ich war beim Friseur heute. Ja. Ich bin auch drangekommen. Böse Zungen behaupten, ich wäre gar nicht drangekommen. Warte mal. Einfach Karte mit dem Ort des Treffpunkts untersuchen mit. Da ist das Schloss. Muss auf irgendeiner Insel sein oder so. Dankeschön. Zehn Jahre jünger? Meinst du? Ach. Laberlich. Ah, hier muss das sein, ne? Da. Ich glaube, das muss hier sein, oder? Wenn hier das Schloss ist, muss das, glaube ich, hier sein, oder? Mindestens 15 Jahre. Ach, Manfred, hör auf. Hör mal. Ist ja gleich rot hier. 15 Jahre jünger. Oder? Das müsste da sein, ne? Ich würde sagen, das ist hier. Oder was meint ihr? Ich meine, das ist da. Zehn Jahre älter. Ja, nee. Älter geht nicht mehr. Ach, Johnny, sehr ruhig. Ich würde sagen, das ist hier. Oder was meint ihr? Ich meine, das wäre der Punkt, weil hier ist das Schloss. Könnte hier sein, ne? Oder da oben. Sieht so aus, ne? Oder da. Guck mal, weil hier ist, hier ist nämlich diese Klippe. Ist unterhalb der Klippe. Aber ich glaube, das ist das. Ja, ja, ist klar. Hier ist das. Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir da erst mal hin, ne? Sehr schön. Das heißt, da müssen wir rüber. Gehen wir mal hin da. War nicht, äh, auf der Karte der Stein abgebildet? Nee. Nee, auf der Karte war der Stein. Ja, da, wo wir hin müssen, ist abgebildet. Da. Das ist also da hinten irgendwo. Da runterspringen würde ich jetzt nicht unbedingt, aber wir müssen hier rechts. Oh nein, jetzt sind wir alle da, ne? Hier runterspringen ist, glaube ich, eine dumme Idee. Oh, was soll? Schild? Ach, guck mal, das soll hier so ein... Ach, du Scheiße, das wäre so ein Runending. Also da können wir ja wieder ordentlich Runen fahren. Das müsste da hinten sein, denn da. Unter dem Meer. Unter dem Meer. So, mal hier lang. Hallo. So. Da ist die Fingerleserin. Äh. Torstadt-Akademie. Wir reiten da mal hin. Gucken wir mal, ne? Schön an der Treppe vorbei. Ja, klar. Kein Bock da vor... Kein Bock da irgendwie schon wieder zu sterben. Da hinten ist das. Guck mal, da ist das Schloss. Da hinten müsste der Punkt sein. Wir müssen hier diese... diese komischen Viecher meiden. Ach, guck mal, hier sind ja ganz viele Runen. plötzlich gefährlich, ne? Weg, 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 geh weg. Irgendwo da vorne. Oh, oh. Wir werden wieder beschossen. Oh, ist ja ein Riesenareal, was wir hier noch haben. Ich will jetzt erst mal hinreiten. Um das Schloss erst mal... Ah, da vorne. Ähm. Boah, guck mal, wie viele Dinge es hier sind. Das hat doch bestimmt einen Grund, warum die da sind, oder? Oh nein. Das war ein Böses, Leute. Was ist das denn für ein Viech da? Ähm, Leute. Ist das ein Drache? Echt jetzt? Uh. Ich glaube, das ist ein Drache, ne? Was? Meine Tochter hat heute gesagt, ich sehe alt aus, älter als meine Schwester, ihre Tante, drei Jahre älter. Ich glaube, ich habe mir das nächste Mal so weitergebracht. Ja. Das ist ein Drache, ne? Die Frage ist... Hat er dieses Siegel? Was ist überhaupt hier auf der Karte? Das ist echt ein Drache, ne? Ähm. Lass den schlafen. Ja. Versuche ich da mal vorbeizuschleichen. Aber das Problem wird sein, dass der wahrscheinlich dieses dumme Siegel hat. Wir müssen ihn wahrscheinlich töten, damit wir an dieses Siegel kommen. Ich gucke mir das mal an hier. Ja, das ist ein Drache. Ah, da vorne ist das Siegel. Versuche ich da mal vorbeizuschleichen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Hehe. Hat nicht geklappt. Schade. Hallo. Da ist er. Grüße. Hallo. Hallo. Hehe. Hehe. Oh Gott. Was ist das? Oh ne, der hat doch Magiezauber. Vielleicht der Ahlenjünger aus der Distanz. Schimmerstein, der Smaragd-Rache. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Oh, null. Scheiße. Okay, aber wir haben den Schimmerstein. Habe ich schon, habe ich schon. Hm, gut. Aber wir haben den Schimmerstein, ne? Die Frage ist, naja, guck mal. Och. Hallo. Melon. So. Wir können hier rein, Leute. Sehr gut. Tritt, sag Freund und tritt ein, ne? Ah. Gegen solche Tierchen musste ich in WoW auch schon oft kämpfen. Ja, ich brauche das nicht. So, das ist einfach vorbei. Ah, hier ist... Oh, guck mal. Wo hat der Gnade? Mit Drachen können wir, aber das glaube ich später irgendwann mal. Aha. Hier ist ein Siegel. Siegel untersuchen. Wo geht's denn da hin? Scheiße, wir sind jetzt wieder irgendwo gefangen. Hochstraße von Belon. Ah, wir sind jetzt einfach auf der anderen Seite teleportiert. Guck mal. Einfach über die Brücke hier. Gut. Das heißt, wir können erstmal diesen Punkt hier schon mal wegmachen. Gut, wir können auch unsere Rune wiederholen. Die Frage ist jetzt... Hauptteile Akademie. Ach, guck mal. Nehmen wir den Ort der Gnade auch nochmal mit hier. Das heißt, wir haben jetzt hier auch nochmal einen. Können wir jetzt immer nur hier durchreisen, wenn wir... Ah, okay. Wir können immer wieder durch. Das ist schon mal gut. Ach, wie groß die Map ist, ne? Oder die Karte alleine. Und das Geile ist ja... Das Geile bei dem Ganzen ist ja... Guck mal, da geht's auch noch weiter. Dass es ja noch... Das Ganze nochmal unterirdisch gibt, ne? Ach, du Scheiße. Hinauf in den Turm. Mal gucken, was er uns wartet. Oder was er auf uns wartet. Aha. Grüße. Hallo. Ich bin's. Akademie von Raya Lucaria. Boah, das Schloss sieht einfach geil aus, oder? Einfach richtig gut. Es sieht einfach... Klasse aus. Bisschen wie Hogwarts, ne? Wie ihr vorhin schon geschrieben habt. Mhm. Dass so ein guter Ort hier ist... Ich weiß es nicht. Wir laufen nochmal lang, ne? Okay. 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 Hallo? Ähm... Ach, das sind so Meister. Warte mal. Ähm... Hallo? Äh... Hallo? Leute. Lass mich eintreten hier. Na, komische Masken hier. Öffnet das Tor. Hogwarts Teil 2 auf jeden Fall. Hm, hm, hm. Lol. Noch mehr davon? Ist nur einer, ne? Welche Gelehrte hier? Das war ja auch so einer, den wir da gesehen haben, damit wir überhaupt da reinkommen, ne? Ähm... Schön. Schön, Leute. Ja. Ja. Wir haben hier getötet. Genau. Wir müssen den Zauberer töten. Aber die Zauberer sind echt fies, ne? Oh, lol. Wir sind einfach zu langsam. Warte. Lassen wir einmal zaubern. Ich würde sagen, let's go. Okay. Oh. Was haben wir denn da gefunden? Goldene Runen. Okay. Mal ein bisschen durchsuchen hier. Oh, da ist noch einer. Hallo. Wir haben ja auf jeden Fall mehrere Wege, die nach oben führen. Da geht's auf jeden Fall auch lang. Frage, jetzt will ich da schon lang? Ah, ja doch. Da will ich lang, weil das ist ein Ort der Gnade. Wie viel habe ich denn noch? Weißegal. Speichern einfach mal. Nach oben oder in den Tod. Genau. So ungefähr. So ist das hier. Und da geht's schon wieder raus, ne? Das Problem ist, ich hätte, glaube ich, nicht speichern sollen jetzt hier mit dem Buhn-Ding. Weil jetzt sind natürlich die ganzen Leute wieder da, ne? Wo ist der weg? Ne. Da ist er. Ja. Genau, das passiert nämlich, wenn man mit diesen Viechern nicht aufpasst. Weil, ich wollte eigentlich da hinten... Ach, Mann. Ah, die Grafiken sind schon... Also die... Die Kreativität auch der ganzen Leute hier, ne? Oder der Entwickler ist schon sehr krass. Wo geht's hier lang? Das Problem ist, dass da unsere Rune ist. Wir könnten ja den vielleicht pullen, dass der vielleicht hier hinkommt. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Den haben wir jetzt relativ einfach down gemacht. Da muss der erstmal drauf kommen. Ja, ja. Jetzt kommen die... Jetzt kommen die Dingens wieder hier. Achtung. Down. Okay. Dann drei Stück. Zwei Schläge in der Regel sind die down. Vor der dritten. Aber... Je nach Ausdauer... Da muss ich echt erstmal drauf kommen. Ah, guck mal, hier ist noch was. Das hab ich nicht vergessen. Dunkler Schmiedestein. Da waren wir schon. Das haben wir schon gelootet. Ich glaub, hier sind wir damit fertig, ne? Weil sonst war ja, glaub ich, hier kein Durchgang mehr, ne? Oder ging's auf die anderen Seite nochmal weiter? Ich glaub, einer hang hier noch rum irgendwo. Da ist er. Bäm. Das stimmt, ja, ja. Da wäre sicher so ein Siegel oder sowas gegen Maggi. Gut. Ja, das stimmt. Wäre halt nicht schlecht. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir unsere Runen wieder geholt. Oh Mann, oh Mann. So, sehr gut. Hier geht's direkt wieder raus, ne? Oder ist das? Es soll ja auch so Geheimwege geben hier, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, hab ich bisher noch nie einen gefunden. Oder ich bin doch einfach zu blind, ne? Guck mal, jetzt geht's wieder raus hier. Ah, da haben wir wieder so was. Ach, guck mal, die kennen wir ja noch durch den. Oh, oh. Was ist da? Alter. Was ist das für Viecher? Leute. Schon sehr mystisch hier, ne? Okay. Okay, boah. Wir haben 722 an Energie, den abgezogen. Aber der ist immer noch da. Ich glaub, mit dem ist nicht gut Kirschenwissen hier. Nein! Scheiße. Müssen wir wieder wegrollen? Rollen weg. Rollen, 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 rollen. Rollen, rollen, rollen. Und die alle? Einfach mal mit einem geschmeidigen Schlachter reinhauen. Sehr gut. Alle down. Ne, einer ist noch. Okay. Gut. Okay. Was? Eine zaubersichere Trockenleber. Ah, wer kennt's nicht, ne? Run, Forest. Run. Ach, guck mal, da gibt's eine Brücke da drüben. Was ist das denn für ein Viech da? Seht ihr das da hinten? Oh, die Brücke. Ähm. Hallo? Ähm. Ja. Gut. Oh, ne, der ist schon eher so ein Hund. Sie sind halt richtig fies. Aber die kriegen wir mittlerweile auch ganz gut. Oh, da schießt jemand. Nein! Nein! Ach, nö. Mann. Hab ich nicht aufgepasst? Ich hab den Bogenschützen da nicht gesehen. Verdammt. Sehr vertrauenserweckend. Ja, ne, das, ne. Schwierig. Für erst mal sterben. Noch einen Baum pflanzen. Ich weiß nicht. So viele Bäume kannst du gar nicht pflanzen, Pension. Das sind natürlich wieder alle hier, ne. Komm her. Aber ob ich einmal weiß, wie die so ein bisschen anzugehen sind. Hallo? Kann ich die eigentlich auch mit dem hier? Ne. Ich zielen könnte ja. Doch, geht eigentlich. Ja. Fast. Wenn er sich nicht bewegen würde, wäre es gut. War schon ordentlich Damage, aber es ist halt noch zu wenig. Scheiße. Ja. 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 Das heißt, darüber regelt das schon. Ja, ja, ist klar. Da sind unsere Runen. Ich will es mal fix die Runen holen. Runter. Und jetzt die Leute, die kommen jetzt, glaube ich, hier rüber. Das heißt, ich lasse jetzt einfach mal die Brücke überqueren. Ah! Wo kommt die denn her? Leute, wo kommt ihr denn jetzt her? Somm mal! Klingt einfacher als gesagt, ne? Wo kamen die jetzt her? Können wir die pullen irgendwie hier? Gut, ich kann natürlich den hier mit dem... Der weckt sich ja nicht. Kann ich noch welche erstellen? Müssen wir mal gucken. So, jetzt kommen die auf jeden Fall schon mal rüber. Ah, der Hund kommt auch. Nein! Erbisch oder erbisch? Schnell weg. Ich kann mal gucken, wo ich noch solche Messer herstellen kann, oder? Ja. Ich kann diese herstellen hier. Diese. Kann ich die auch da einsetzen? Warte mal. Keine Ahnung. Der hat geschossen, der Sack. Der ist down, okay. Da müsste noch irgendwo einer sein. Was ist der denn nicht? Ah, der schießt von da raus. Okay. Gut. Ah, gut. Das war jetzt dumm. Aber da komme ich nicht rein, ne? Da komme ich nicht hoch. Oder vielleicht doch? Irgendwie nicht, ne? Ah, der wird sich das dem schwer machen. Hallo? Wieso kann ich den nicht rufen? Ihr habt zu wenig Mana. Ach, die haben ja meine Mana ausgesaugt. Ach, deswegen. Okay, gut. Hallo? Hallo? Deswegen konnte ich den jetzt gerade nicht rufen. Wie beschwert er denn da? Hier gibt es Mana, Geist. Kann ich das aufmachen? Nee. Guck mal, da geht irgendwas runter. Oh, oh. Spiel hängt. Naja, komm. Let's go. Wollte der jetzt gerade seinen Kopf abschrauben, oder was? Ah, kasernischer Helm, Ritterstulpen, Ritterbeinschutz. Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder auf? Ach du, Heiland. Gucke ich das mal an. Was ist das denn? Das ist ja geil. Das ist ja mal richtig nice. Oh, oh no. Goldene Rume. Frage ist... Oh, oh. Nee, 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 nee. Ach, Mann. Ich dachte, das wäre näher dran. Das sah so aus. Ach, nee. Mann. Mann, 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 Mann. Ach, nö. Ach, ist das scheiße, ey. Och, nö. Namen Patrick. Grüße. Oh. Oh. Der, der kann man einfach raus in die Gicht, aber den nehmen wir doch nochmal ein bisschen fällig gemacht. Der hier. Leute. Nein. Nein. Ah, der saugt das Mana aus. Genau. Okay. Deswegen konnten wir auch gerade den Dingens nicht beschwören. Okay. Gut zu wissen. Hallo. Ah, hier waren wir doch gar nicht. Gnadenimitator. Aha. Guck mal, da unten. Okay. Ach, wir sind den Weg da hochgelaufen, ne? Das heißt, immer, Frauen könnten jetzt schon... Ja, ist ja okay. Das sah sehr nah aus. War es aber nicht. Schade. Es sah halt sehr, sehr nah aus. Spannender. Also war es so. Scheiße. So, ich muss mal ein bisschen wegrollen hier. Scheiße. Put your hands up in the air. Put your hands up. Ja, das ewige Licht leuchtet mit ihm. Ja, ist richtig. Das war in der Fall vorhin, ne? Die ich nicht gesehen habe. So, okay. Grüße, hallo. Ähm. Jetzt habe ich schon mal gepullt. Okay. So, okay. Guck mal, der schraubt an seinen Kopf. Sehr gut. Ach, da war der Typ hier wieder, ne? Warte mal. Den hier, ne? Die müssen mal... Hallo. Ach, scheiße. Denk mich auf jetzt hinzu, Alter. Kann ich alles so Sachen herstellen? Warte mal. Nee. Der schießt ein bisschen, äh... Wuchtig, ne? Werkherstellung geht ja nicht, weil ich gerade im Kampf bin, ne? Verdammt. Verdammt. Komm, kämpf uns mal hier durch. Ach. Moin. Was Join. Was? hats Kinder und Pfeil. H Erfolg. uma Wir? pes Win. Was? Was? Wir haben Sie? Wie? Was? Was? So, wir sind hier runter, ne? Da lang, ne? Da waren die Ruhen. Was? Ich schaue so konzentriert. Ja, klar. Mahlzeit. Banco Kredi. Grüße. Na, alles fit? Ja, es ist halt, äh... Ist so ganz einfach, das Geben, ne? Ist ein bisschen reingegrindet. Es ist echt weiter weg. Okay, ich dachte, es wäre nie, ja? Die Frage ist, komme ich hier wieder hoch? Irgendwie muss ich ja wieder hier hochkommen. Oder auch gar nicht, ne? Oh, der denn? Hab ich gar nicht gesehen. Ah, vielleicht da vorne. Okay, gut. Ah, nein! Oh. Hä? Ja, moin. Hör mir, Uf, lässt, hast du... Was? Hast du schlau gemacht? Bist zu einem anderen Geben geflüchtet. Auf jeden Fall. Ich hab keinen Bock gehabt auf die doofen Diskussionen. Warum der Patch nicht und... Alter, hab ich gar keinen Bock drauf gehabt. Richtig. Genau. Genau so hab ich's gemacht. Da bin ich auf jeden Fall, äh, ehrlich. Das stimmt. Ja. Ich bin weich gelandet, ja. Ja, gute Nacht, Pension. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich hatte echt keine Lust hier, den ganzen Abend, mich mit irgendwelchen Leuten darüber zu unterhalten. Wie, äh... Oh, ähm... Wie, äh... Wie dumm das mit den Patches. Hat mir aber auch nichts genützt, weil ich jetzt tot bin. Mann, 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 Mann. Ade, Juk. Moin. Besser Luca. Moin. Ach, schon wieder hier. Leute. Es kann doch nicht sein. So. So, hier kommen wir nicht lang, ne? Ah. Gute Nacht, JJ. Guck mal, guck mal. Ich geh erst mal hier lang. Sehr gut. Moin. Mal gucken, wie ich jetzt diesmal nicht ange... angeknabbert werde hier. Einfach mal nicht anklappern lassen, weil da kann ich nämlich mal in Gehilfen rufen. Dann passt das. Der Tod ist erst der Anfang. War bei der Mumie auch doch so. Ja, ist richtig. Aber wir sind natürlich nicht bei der Mumie, ne? Aber ja, du hast recht. Durchaus recht. Sehr gut. In manchen Gebieten ist es halt echt knifflig. Wobei jetzt gerade wieder, da waren wir da Gegner. Die hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich find wirklich die Auswahl der Gegner, allein schon die Endbosse, ne? Was die sich da für Gedanken gemacht haben, die Entwickler. Schon Wahnsinn. So, komm mal her hier, mein Freund. So. Da muss ich nicht hin. So, jetzt lauf ich mal ein paar Meter vor. Dann spawnen die gleich hinter mir. So, da sind sie wieder. Hallo, Leute. Mahlzeit. Da sind noch mehr hinter mir gespawnt. Natürlich, die anderen. Scheiße. Ja. Läuft. Nein, das hat wieder nicht gereicht. Ach, wieder ein Mana ausgesaugt hier. Hab ich nicht noch ein bisschen Mana? Ja, nee. Ja, in WoW hast du aber auch andere Möglichkeiten, ne? Klar, kommt das sich darauf an. Trink mal einen Schluck. Es ist halt immer, das sind halt unterschiedliche Spiele. Das eine mit dem anderen zu vergleichen ist halt immer zauber-sichere Trockenleber. Was das jetzt gebracht hat, fragt mich nicht. Juhu. Juhu. Bin immer weg für heute. Irgendwie bin ich müde. Alles klar. Bis morgen. Tschüss. Angenehme Nacht. Jetzt kommt der Hund. So, da schießt der Typ jetzt hier. Das ist natürlich kacke. Jo, danke. So, Leute. Guckt mal weiter. Ja, ja. Ist klar. Ach, nein. Leute. Es kann doch nicht sein. Verdammt. Mann. Und danke fürs Einschalten, Sky, ne? Und gute Nacht. Was für ein Mist hier, ey. Muntere Sterben. 3.0. Irgendwie läuft der halt nicht, ne? Irgendwie läuft der Lachs nicht. Ich hab' ihn nicht gesehen. Das kann man nicht sein. Ich hab' ihn nicht gesehen. 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 Es ehelt immer wieder, aber manchmal... dieses Spiel jetzt nicht vergleichen mit WoW oder sowas. Das ist ein ganz anderes, äh... Game. Es ist halt Souls-like, ne? Ich sag mal, Dark Souls ist, glaub ich, noch tackenschwerer, hab ich mal gehört. Und wenn ich mir das alleine schon vorstelle. Schwierig. Zumal ich solche Spiele eigentlich gar nicht zocke. Macht es das für mich, glaub ich, noch ein bisschen schwerer. Au, au, au. Aber ich denke, ich schlag' mich ganz gut. Könnte vielleicht auch noch ein bisschen besser sein, aber... Ey, ich hab' den doch getroffen, Mann! Ach komm, leck' mich doch an die Füße. Und das ist eben auch total schlecht hier von dem Ganzen. So, jetzt kommen die wieder. Sein, weh. Mahlzeit. Ja, es ist halt mal so eine Sache, ne? Ach, guck mal. Hier unten können wir lang. Links. Oder auch irgendwie nicht. Komm her. Komm her. Komm her, du Knilch hier. Mann, Mann. Was trinken wir? Durst. Milchboomer am Abend. Na, wie ist es? Schon wieder! Kann aber nicht sein. Mehr, du Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Hallo? Ey, jetzt kann ich mir nicht... Kann man irgendwas herstellen? Ne, leider nicht. Schade. Das Problem ist, dass die hier oben wieder sind. Warte mal. Kann ich den von hier hinten nicht aufladen? Jo, kann nicht. Ja, jetzt sind sie schon mal hier weg. Sehr gut. Oh. Asche der Marionettensoldaten. Ah. Sehr gut. Eine neue Asche. Komm ich denn hier auch wieder hoch? Ne, da muss ich... Ich muss da runter, ne? Ansonsten geht's nicht. Okay. Gut. Ist jetzt nicht so tragisch. Wo ist der? Also gleich zwei. Drei. Ach, der Hund ist auch noch da, ne? Ah. Guck mal, die gehen jetzt da hoch. Ich hab da irgendwie einen Pfeil. Inwiefern sind die Sterben noch teurer. Dachte, wenn du nicht zurückkommst, musst du nämlich dann mal rausreparieren. Ja, gut, okay. Ja, gut, das sind halt aber verschiedene. Das eine ist ein MMO und das ist halt... Was ist das? RPG? MMO? So ein Mix ist es. Bist du dich löchert? Ja, wie ein Schweizer Käse, glaube ich. Hallo. Aber wir kommen jetzt mal ein bisschen weiter hier, ey. Muss man, glaube ich... Auch wenn wir da wieder ein bisschen ruhiger agieren. Aber manchmal reagiere ich, glaube ich, ein bisschen zu hektisch. Gut, darunter brauchen wir nicht mehr, weil wir die Runde jetzt schon haben. Nur kurz... Die Frage ist auch immer, ob da noch welche Leute kommen, ne? Die Frage ist auch immer, wenn wir uns so gehen. Oder wir versuchen, ein bisschen zu brennen. Dann wird das wieder hier. Dann wird es plötzlich. Was ist das genau nach dem Spiel? Dann wird es ein B dwelling? Dann wird es auch noch ein B Haddock von. És ein B Einfach. Ach komm, leck mich doch. Mann. Wo kamen denn die drei Hunde her? Da denkst du, du bist gerade durch und dann kommt wieder irgendwas anderes. Leute. Es ist einfach. So, auf ein neues. Das ist echt ärgerlich, ne? Das war so ärgerlich jetzt, ne? So bitter, ne? Ich kann mir davon irgendwo irgendwelche Fiecher her, ey. Da ist auch noch einer. Ja, super. Toll. So, warte. Wo kommt der? Jetzt von hinten noch welche, ne? Das ist doch gar nicht, warum ich es so schwer tun mit den Viechern hier. Ist der Hund jetzt runtergefallen? Jo. Der Hund ist runtergefallen. Das ist schon mal gut. So, oder? Mann, 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 Mann. Die haben wir auch erwischt. Sehr gut. Der Hund ist weg, ne? Ah, da vorne ist... Ah, da vorne ist... Ah, guck mal, da waren die. Jetzt habe ich die auch gesehen. Achtung. Nein! So ist er aber durchgekommen hier. Da links runter war ein Hund. Okay, also mal gucken. Okay. Okay. Kommt der zu uns hier? Ja. Hier war irgendwo links ein Hund. Ach, da geht der Weg lang. Kommt der eine zu uns hier? Erstmal die Ruhnen sichern. Ah, der ist. Torp落 Amr. Also dr Da vorne ist der eine Hund. Okay. Haben wir nicht nur irgendwas, was wir herstellen können für... Verursacht Magieschaden? Nee, nee, nee. Da ist ein Hund. Oh ja. Mehrere Hunde. Okay. Das haben wir direkt gecatcht. Das ist nur so ein Typ. Ah, Achtung. Noch ein Hund. Es sind so viele da, ne? Oh, geil gezielt. Noch ein Hund. Ah, Achtung. Ah, Achtung. Kriegsasche, Spellkranz. Was haben wir denn noch hier alles? Wir haben vorhin auch noch was cooles bekommen. Das war die Kriegsasche, ne? Der Marionettenkrieger. Ah, die hier, okay. Gut. Gehen wir wieder hoch hier. Moin Moin Jumper, hallo. Wie läuft's? Auch ganz gut. Wir sind mittlerweile hier oben schon. Läuft soweit ganz gut. Mal mehr, manchmal weniger. Mal mehr Frust, manchmal weniger Frustjumper. Wie es halt so ist in diesem Spiel, ne? Kennst du ja. Können wir da einen Ort der Gnade irgendwo finden? Das wäre halt schön, ne? Ah, guck mal, hier ist der Apparat. Da können wir wahrscheinlich irgendwo hoch. Wir oben, Ort der Gnade. Bitte lassen Ort der Gnade dann mal sein. Oh, oh. Die Frage ist jetzt, ist das so gut, dass wir jetzt da hingehen? Wir brauchen einen Ort der Gnade. Ich würde sagen, grundsätzlich schlecht hier hinzukommen. Ähm. Hallo. Wer ist das? Sieht ich wirklich sicher aus? Ne, ich glaube auch nicht. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwo hin. Wir gucken mal. Die Frage ist, werden wir irgendwo zerdrückt, ne? Ja, moin. Das hier sicherer ist, weiß ich auch nicht. Sind wir ja dieser Halbtoten. Hallo. So eine Mine, ne? Ist das einfach so eine Mine? Okay. Da oben. Gucken wir da hoch? Ne, ne? Ne. Ne, können wir nicht. Okay, schade. Fuß gehört dazu. Sonst wäre es kein Salzgeben. Das stimmt schon, ja. Ah, hier. Wir haben eine Gnade gefunden, Leute. Aber. Das stimmt.